Wo verdammt nochmal sind die Künstler? Wo verdammt nochmal sind die Künstler? Euro beim Heimatverein unter 0152 0272 6077 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Heimatvereins. Das musikalische Erlebnis wird präsentiert von der Lausitzwelle, Ihrem regionalen Radio- und TV-Sender für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ihre berufliche Perspektive. Immobilienkauffrau oder Immobilienkaufmann bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ein attraktiver Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeit bei 37 Stunden Woche, Tarifvergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub, betriebliche Krankenversicherung und vieles mehr. Interessiert? Dann einfach informieren unter wh-hy.de und gleich bewerben. Am besten per E-Mail an bewerbung.wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Der neue Gewerbepark Ohrhorn. Hallen, Werkstätten, Büros, Produktion und vieles mehr. Jetzt Besichtigung vereinbaren. Immer gut informiert mit der E-Scheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsprogramm in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen. Ansonsten!